Riesenerleichterung herrschte bei Memmingens Coach Fabian Adelmann nach seinem ersten Dreier in Diensten des FCM. Der Last-Minute-Erfolg in Fürth per Elfmeter zwar durchaus etwas glücklich, nach neun Spielen ohne Sieg aber auch überlebenswichtig. Nun heißt es unbedingt nachlegen gegen einen allerdings formstarken TSV Hauptstadt in Schwarz, der aus den letzten drei Spielen sieben Punkte einfahren konnte und sich auf dem Weg zum Totepokalfinale sicherlich keinen Spannungsabfall leisten will. Die über 300 Kilometer lange Anfahrt sorgte bei den Unterfranken aber zunächst noch etwas für müde Knochen und das nutzte Memmingen vor 669 Zuschauern direkt aus. Martin Dausch, der nach abgesessener Gelbsperre wieder in die Startelf zurückkehrte mit diesem herausragenden Freistoß und der zweite Ex-Profi Dominik Strohengel nickt in der fünften Minute ein zum 1 zu 0. Sein zweiter Saisontreffer sowohl für ihn selbst nach fast sieben Wochen Ladehemmung als auch die Mannschaft. Nach drei torlosen Heimspielen einfach nur eine Erlösung. Und die Führung gab den Gastgebern einen richtig gehenden Schub. Neunte Minute, Lars Gindorf damit technisch ganz starke Annahme und dann setzt er den Ball via Innenpfosten in die Maschen. Das frühe 2 zu 0 natürlich balsam für die geschundene FC-Seele. Bislang standen ja in den zehn Spielen nach dem Winter erst vier Tore auf der Haben-Seite. Allerdings bewiesen die Gäste, dass sie sich auch von solchen Rückschlägen nicht aus dem Konzept bringen lassen und hatten schnell die richtige Antwort parat. Nach einem blitz sauberen Spielzug vom eigenen Sechzehner über mehrere Stationen verwertet Mike Dellinger die Vorlage von Joshua Endres problemlos zum 1 zu 2 in der 18. Minute. Nach dieser spektakulären Anfangsphase verflachte das Geschehen etwas. Erst kurz vor der Pause gab es noch mal je eine nennenswerte Gelegenheit. Der Schuss von Hauptstadt-Ingo Feser verfehlt sein Ziel jedoch um Zentimeter. Und auch der Versuch von Dausch auf der anderen Seite, der als Antreiber unermüdlich voranging, kein Problem für TSV-Keeper Lukas Wenzel. Nach dem Seitenwechsel gab es dann wie schon in Abschnitt 1 kein langes Abtasten. Dieses Mal erwischten jedoch die Gäste den besseren Start. Jakob Gräser mit einem unnötigen Ballverlust und Patrick Hofmann überwindet den sich vergeblich streckenden Gruber ebenfalls mit Unterstützung des Innenpfostens zum 2 zu 2 in der 50. Minute. 13. Saisontreffer bereits für den Aupstädter Top-Torjäger. Doch die Hausherren zeigten eine gute Reaktion auf den Ausgleich und schnupperten direkt wieder an der Führung, wobei alle gefährlichen Situationen eigentlich vom bärenstarken Dausch ausgingen. Insgesamt war es jetzt ein offener Schlagabtausch. Gruber bewahrt sein Team mit diesem klasse Save gegen den Kopfball von Dellinger vor dem drohenden Rückstand. Und auch auf der Gegenseite hatte der FCM die Mega-Chance zum 3 zu 2. Der Schuss von Pascal Meier zischt aber haarscharf am langen Pfosten vorbei. Und so kam es, wie es eben kommt, wenn man tief im Tabellenkeller steckt. Hauptstadt nochmal mit einer Chance. Dellinger mit grenzwertigem Körpereinsatz gegen Dausch, aber das Spiel läuft weiter und der Angreifer schiebt den Ball durch die Beine von Gruber zum 3 zu 2 nach 86 Minuten und schickt Memmingen mit seinem Doppelpack auf die Verliererstraße. Zu allem Überfluss sah kurz darauf auch noch Dausch für dieses Einsteigen glatt rot. Der Verlust des Kapitäns in der Endphase der Saison mindestens genauso bitter wie die Niederlage. Alles in allem ein sehr bitterer Abend für uns heute. Die Mannschaft hat sich definitiv mehr verdient heute. Wir sind super reingekommen ins Spiel. Wir gehen 2-0 in Führung. Ich glaube, so einen Start hätten wir uns alle nicht erträumt. Und dementsprechend waren wir auch ein bisschen erschreckt davon, dass wir einmal 2-0 vorne lagen. Und dann passiert uns leider ein individueller Fehler. Wir kassieren das 2-2. Und 3-2 gegen ein klares Vorspiel voraus im 16er, was zu ahnden ist. Ahnt dann nicht der Schiedsrichter. Und dann verlieren wir heute 3-2. Ja, ich glaube, man hat es gesehen. Es war ein sehr schwieriges Spiel. Wir sind nach vier Minuten 2-0 im Rückstand. Und der Coach hat es vor dem Spiel angesprochen, dass ihm heute mal so ein dreckiger Sieg lieber wäre als so ein 3-4-0. Und ja, am Ende ist es dann auch so geworden. Der TSV bleibt also auch im vierten Vergleich mit den Allgäuern ungeschlagen und freut sich nun auf das Heimspiel-Highlight gegen die Bayern-Amateure. Auf den FC Memmingen warten dagegen jetzt drei Schicksalsspiele und vielleicht sogar noch einige mehr, sollte es am Ende tatsächlich in die Relegation gehen.